Der Großmeister. Keith Kernspechts Suche nach der perfekten Kampfkunst. Er zitierte Nietzsche und während er Nietzsche zitierte, schlug er irgendwelche Angreifer, die dort befrecht wurden, K.O. Eine Audiografie in sieben Kapiteln. Jedes Mal, wer einen Unterricht machte, wartete eine kleine Schlange von Herausforderern, mit denen er am Anfang des Unterrichts kämpfte. Dann erfuhr ich, dass es außer mir noch einen zweiten gibt, der der Leiter von Wing Chun in Europa ist. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR wDR